hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play fallout 4 mit mir nevis lp hier auf meinem kanal und ich habe gerade herausgefunden dass wenn ich aufnahmen starten oder beenden will dass ich automatischen molotov cocktail werfe das ist echt super kann in engen raum räumen bestimmt auch gar nicht gefährlich sein und da muss ich denke dringend was an der tasten belegung ändern nichtsdestotrotz geht es jetzt weiter jetzt allerdings ohne molotov cocktails leider weil die sind jetzt weg und ja hier gibt es irgendwo ein geheimnis das haben wir gelesen beim letzten mal scheint auch nicht eine direkte laborstation milch automat nuka cola automat nuka cola eine gefüllte sogar erscheint auch nicht die direkte quest zu sein glaube ich dennoch ist es so dass man überall halt kleine geheimnisse erlesen kann oder er sehen kann oder wie auch immer und man als spieler natürlich angehalten ist die auch zu lösen beziehungsweise dazu was zu finden und jetzt haben wir halt die frage hier muss es irgendwie eine höhle geben hat er zumindest behauptet wer hat er geschrieben mein hund hat was gefunden ist er denn sieht denn jemand da scheint die höhle zu sein aber das scheint er nicht gefunden zu haben wo ist er denn hin war der hier da beginnt die stadt hier ist er aber wo warst du denn komm mit mein freund über zeigt mir wo du warst zur not er geht jetzt da lang er scheint mich schon so zu führen wie man das von hunden kennt jetzt geht er aber da lang weiter ok pass auf ich weiß nicht was er mir zeigen wollte ich gehe trotzdem hier rein wo ist er denn jetzt schon wieder ich kann mir nicht vorstellen dass das über jahre alles hier liegen geblieben ist und das hier sieht nicht so richtig maulwurfs rattenbau das sieht nicht so richtig einladend aus wird bestimmt furchtbar eklig das wetz war auf kuh trau mich ja nicht so richtig vorwärts hier macht der hund springt einfach vor ja träger mal alle ich verbrauche zu viele so mal schauen das hier scheint die höhle zu sein von der er geredet hatte aber mal kurz gucken ob ich jetzt alle habe weil ich will nicht noch mal überrascht werden ich hasse das treibt mir immer wieder warum lebst du denn noch tollwürdige maulwurfs ratte ach das ist eine steigerung verstehe ich verbrauche zu viele patronen das muss ein ende haben ich muss vielleicht doch mit dem wetz arbeiten wer weiß schon du hast die höhle glaube ich auch gefunden wasser ich glaube das trinke ich mal lieber nicht ein safe oh warte mal bewege die maus um die h klammer zu positionieren mit a drehst du den schraubendreher hast du den richtigen punkt gewählt dreht sich das schloss vollständig und öffnet sich stößt du auf einen widerstand lass a los und positioniere die h klammer neu ok mit der maus positioniere ich die h klammer verstehe nicht zu doll ok ich will ja die h klammer nicht kaputt machen ein kleines bisschen noch ahja cool und wir haben hier relativ viel drin superkleber splittermine wie schlecht versicherung zweimal molotov cocktail und großes becherglas was heißt das für mich bevor ich die aufnahme beende verlasse ich den raum oder einen raum halt hirnpilz hm lecker sieht ja aus wie ein hirn kronkorken noch mehr hirnpilze ob man daraus irgendwas leckeres basteln kann so eine art mittags essen beispielsweise kühlmittel was haben wir denn hier noch ach eine ratte hirnpilze ohne ende nuka cola ich warte ja auf den augenblick in dem ich irgendwas radioaktives mitnehmen will und total verstrahlt dadurch werde und ich muss aufhören sowas zu formulieren wenn ich auf was bestimmtes warte das letzte mal als ich bei bize beam gesagt habe ich warte darauf dass ich äh von einem gatling abgeschossen wurde kam es direkt in dem augenblick so mein hund ist da nuka cola irgendwas macht hier komisch irgendwie schmatz hier hm gut keine ahnung was hier noch ist weiter 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 wir wollen alles oh warte mal hier ist irgendwas du hast strahlungs schaden erlitten der deine maximale gesundheit reduziert aha aber da scheint ja doch irgendwas zu sein warte mal wir gucken mal ganz kurz so von der seite rein sobald wir das können ich würde vielleicht trotzdem einmal kurz reingehen und mal gucken was man da so findet ein fusionskern damit hat sich der spaß doch schon gelohnt aber ich glaube das war es auch komm zurück so hey und einmal handeln bitte wir sortieren mal nach gewicht scheinbar scheint dir das ja nichts auszumachen das gamle outfit ist ziemlich schwer habe ich das an ja ich habe es an ach deswegen meine reaktion darauf vielleicht warte mal du nimmst erstmal den löscher mit den benzinkanister den besen Giddyup Buttercup Kopf wird schon stimmen Metall-Eimer sowas eben was haben wir denn hier eine Impro-Pistole macht weniger schaden als meine jetzige hat aber eine höhere Feuerrate und ein höheres Gewicht ne ich glaube das ist beides nicht so sinnvoll aber wir werden mal jetzt das andere Outfit wieder anziehen das war glaube ich eine blöde Idee so und damit kann er das gamle Outfit bitte tragen was ja das schwerste ist ah jetzt wäre ich genau dran vorbei geswitcht das gamle Outfit war das schwerste was ich dabei hatte jo ich glaube dann haben wir es hier in der Höhle noch so ein Hörnpilz noch so ein Hörnpilz ich habe ein Level ab gehabt warte mal dann kann ich da hier mal kurz gucken blub die Skill-Tabelle achso ich muss hier runter drücken so Schlösserknacker mit deinen flinken Fingern kannst du Schlösser einfacher knacken außerdem hast du die Möglichkeit fortgeschrittene Schlösser zu knacken äh Enter so alles andere muss ich mir mal separat angucken ich weiß auf jeden Fall dass ich ähm Schlösser knacken können will und dementsprechend mache ich das auch was haben wir hier Nachtmensch du bist eine Kreatur der Nacht ah ja so Aufmerksamkeit kenne Schwachpunkte deiner Feinde um sie zu besiegen du kannst dir die Schadensresistenten eines Ziels im West ansehen Bett meine ich natürlich ne tut alles nicht Not und wir gehen mal raus wird es heller ich hoffe doch dass die Nacht vorbei ist obwohl er von SSD lädt dauert es immer noch erstaunlich lange ich glaube es ist Mitternacht oder zumindest soll es Mitternacht sein aber es ist erfreulich hell das macht es für mich während des Plänen natürlich einfacher und der Hund hat was gefunden warte mal ein Baseball Schläger wie geht's dir Kumpel braver Hund dafür frage ich dich direkt nach wie geht's dir Kumpel kannst du Tricks in die Luft schnappen Respekt ja schön da steht doch was drin Nuka-Cola-Quantum krasse Sache Zuckerbomben der Hund hat noch was gefunden das hier ja cool Schäbenkiste super gemacht mein guter vielleicht ist er doch noch ein sinnvoller Begleiter Kommode oh hier ist ein Safe ich glaube ich habe gerade geskillt dass ich den öffnen könnte wir fangen mal hier an jetzt habe ich die H-Klammer Kapuze gemacht das war zu stark aber es war ja hier irgendwo in dem Bereich so rechtzeitig loslassen ist das Geheimnis und offen ist er oh warte mal eine Impro-Pistole die macht weniger Schaden hat aber eine deutlich bessere Reichweite Vorkriegsgeld silberne Taschenuhr Patronen kann ich so oder so mal wieder gebrauchen ich befürchte nämlich dass ich sie über Gebühr verschossen habe ja ich will schon probieren so ein bisschen tatsächlich aus der Hüfte zu feuern oh hier könnte ich schlafen wie spät ist es denn das kann ich ja hier sehen jetzt es ist 11 Uhr nachts wir machen mal Tag draus und er hat automatisch gespeichert beim schlafen das ist so das ist super gibt es hier noch irgendwas mitzunehmen nö aber das Hausmodell gefällt mir das ist mal wieder so ein bisschen da oben ist noch was noch einmal Zuckerbomben das ist mal wieder so ein bisschen origineller natürlich würde ich glaube ich in Wirklichkeit nicht in ein solches Haus ziehen weil du hast ja eigentlich doch keinen Platz du hast zwar ein Haus aber es ist völlig platzlos ich meine guckt mal hier hoch hier war ja nichts wenn ich es richtig gesehen habe hat das Haus nicht mal ein Bad steh mir mal nicht im Weg hier das Haus hat nicht mal ein Bad naja und ich würde sagen das hier ist Concord entering Concord oh und wir sind wieder gesund geworden während des Schlafs das ist gut na gut hier ist verschlossen ich glaube das wird relativ oft eh so sein dass die Häuser zu sind oder dass man sie nicht angucken kann ob ich dem Hund einfach folgen sollte ein Rollstuhl immer daran denken wir müssen auch so ein bisschen Ausschau halten nach Comics und Zeitungen die so rumliegen weil manche von denen geben Punkte ja und hier wird irgendwo gefeuert ich weiß nicht ob ich da hin will oh das ist ein Vogel und die hundi 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 Bin ich nicht von da gekommen? Doch, ich glaube schon Schade, hier ist nichts drin Das mit dem Feuern ist mir noch weit genug entfernt Damit kann ich noch leben Oh, da ist noch eine Kiste Irgendwo habe ich gehört, dass gerade Kleber später wichtig wird Insofern nicht so verkehrt Kronkorkenvorrat Haarklammern brauchen wir, um Saves aufzumachen Vor allem dann, wenn man zwei am Stück kaputt gemacht hat Wie ich eben Hier ist ja noch ein Save Ich habe es gerade gesagt gehabt Das geht gar nicht Geht gar nicht Ja Okay, etwas weiter zurück Ja, open Cool Sehr, richtig Cool So Patronen Noch eine Pistole Aber ich glaube, das ist genau die, die ich schon habe Und Vorkriegsgeld Naja gut Naja gut So ein Boden-Safe Das ist natürlich cool Okay, das ist natürlich cool Ich glaube, das ist natürlich cool So ein Boden-Safe